Ich bin mal avantgardistisch und mache mal 0,25. Huha. Ha, Schweden. Wie gerne würde ich jetzt in Schweden sein. Na 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 na. Bei 40 Grad und Sonnenschein. Ich habe den Text total vergessen. Fantastisches Lied, aber ich habe den Text vergessen. Eigentlich. So, round drawn, alles klar. B12, B31, B6. Zack, 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 zack. Und los geht's. Machen wir jetzt nicht die Mühe, leise zu sein. Warum auch? Hier ist eh keiner. Wir wissen ja, wo wir jetzt elegant lang gehen können. Von daher... Dass der von draußen Dreck kam, hat mich ein bisschen verwundert. Den hatte ich so nicht eingeplant. Ich geh mal hoch. Es kommt keiner nachgerannt. Das wirft meinen ganzen Plan über den Haufen. Doch, da hinkommen wir. So, so kann man seine Munition auch loswerden. Erstmal schön 60 Schuss in die Wand geballert. Dank verbuggtem Spiel. Ich hänge an der Treppe fest. Ich kann nicht nach links strafen. Das geht nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht nach links gehen, nach rechts gehen, nach vorne, nach hinten. Ich kann nichts. Ich kann... Vielleicht kann ich mich rausducken aus der ganzen Situation. Ich versuche jetzt mal mit beiden Händen. Irgendwie ging es doch gerade, oder? Nee. Macht immer so den Anschein. Ich wollte eigentlich auch gar nicht den Colt wegwerfen. Ich meine, okay, wenn die irgendwann komplett hier angerannt kommen, die restlichen sieben jetzt auch noch, dann können wir die Runde gewinnen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das was wird. Ich stehe auch zu hoch, um die AK aufzunehmen. Das ist sehr ärgerlich. Man muss sich halt ducken und drauf gucken und irgendwann wird die sogar highlightet und dann kann man die eigentlich einsammeln. Ich probiere mal eben was. Es ist einfach nicht wahr, ne? Ein wirklich letzter Versuch. Weil wenn es läuft, macht es ein ganz bisschen Spaß. Ein bisschen. Und ich möchte diesem unfassbar schrecklichen Spiel zumindest eine allerletzte Chance geben. Schauen wir mal. Wirklich letzter Versuch. Wenn es jetzt nichts wird, dann leider nicht. Auch wenn er Schweden ist, erinnert mich, also gerade so die Schrägen und so, erinnern mich irgendwie eher so ein bisschen an CS Italy, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja. Alright. Aufwand Neues. Zum dritten Mal? Zum vierten Mal? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. So, und John läuft weg. Huh? Hallo? Not a chance. Von wegen not a chance. So, wo kommen die Partygangster vorausen? Da hinten kommt einer. Wow! Da kommt noch einer. Der zum Glück überhaupt nicht schießen kann. Der da hinten läuft auch irgendwo hin. Oh, sauber getroffen, würde ich sagen. Den auch. Ist das ohne Zoom echt empfehlenswerter, muss ich sagen. Wir haben jetzt schon mal elegant drei Leute durchs Fenster umgelegt. Das geht ganz gut. Ne, eigentlich nur... Hä? Ah, ne, einer läuft hier unten. Ah, der kann mal hochkommen. Okay, wir sind die gefährliche Treppe runter. Was geht das wieder los? Okay, mit der Hintertür habe ich nicht gerechnet. Ich war auch gerade damit beschäftigt, bugmäßig mein Magazin irgendwo hin zu pumpen. Das ist ja mies, dass hier plötzlich einer von hinten kommt. Die letzten drei Mal nicht so. Check das hier nochmal ab. Nur zur Sicherheit. Das ist wieder der... Gott. Nur nicht auf der Treppe feststecken. Okay, hier wäre wahrscheinlich der Typ, den wir rausholen müssen. Vermutlich. Es bleiben noch sechs. Wir haben noch 26 Hitpoints. Das ist nicht wahnsinnig viel. Immerhin steht ja schon mal die Polizei. Mit Licht an. Am erledigen Tag. Am aufhörigsten Auto der Stadt. Aber okay. In Golf 2. Krass. Ist das sogar nach dem Golf 1? Das könnte auch sogar noch ein Golf 1 sein. Ich bin mir bei den Lampen gerade nicht sicher. Ist eigentlich auch egal. So, nachdem ich hier anfangs so easy locker drauf war, erwarte ich jetzt irgendwie wieder hinter jedem Winkel jeden... äh, jemanden. Da oben ist da noch wer, oder? Da war doch gerade noch wer. Da habe ich mich da getäuscht. Ah, hier ist wieder die Melonenparty. Ich erinnere mich. Ja, ja. Gehen wir mal nicht da lang. Foto hören an. Okay. 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 Ich bin mir noch unschlüssig, was das hier abgibt. Burger. Okay. Okay. Könnte auch sein, dass er sonst hier wäre warm. Nee, hier waren wir noch nicht, ne? Nein, die Restaurants sehen in der ersten Etage einfach dann gleich aus. Egal, was es zu essen gibt. Für mehrere Designs war kein Geld mehr da. Big G. Solar Water. Chocolat. Das klingt jetzt eher niederländisch als schwedisch, aber... Ja, wobei mit TJ vorne nicht unbedingt drüber. Ach, keine Ahnung. Ich würde eher interessieren, wo hier die letzten... ...Kampinskis abgeblieben sind. Noch eine Wendeltreppe. Das ist gefährlich. Niemand hier. War das gerade mein Schatten? Nein. Okay, wir haben auf jeden Fall Besuch. Frage ist, kommt er hier rein? Traut er sich nicht. Ja, schade. Da kamen dann alle Westlichen auf einmal. Ist doch nicht wahr. Aber wobei, wir müssen den Server nicht mehr starten. Ähm. Ganz ehrlich, eigentlich benutzen wir die USP sowieso nicht. Eigentlich benutzen wir eh nur. Aber wir könnten mal eine andere Waffe benutzen. Warum können wir auf einmal so viel kaufen? Ich bin verwirrt. Ja, die... Fuck, die wollte ich gar nicht kaufen. Jetzt habe ich die Desert Eagle gekauft. Nein. Der mit... Können wir jetzt auch noch... Okay. Ich habe da so eine Theorie. Ah, ne. Wir sind jetzt doch drüber. Okay, wir haben jetzt keine Granaten. Aber wir haben die Desert Eagle. Und den heißgeliebten Cold Carbon. Das geht. Erstaunlicherweise sind wir aber diesmal wieder in eigene Unfähigkeit verreckt. Das war der Typ, der sich von hinten angeschlichen hat. Mit dem habe ich einfach nicht gerechnet, weil hier weit und breit halt niemand zu sehen war. Ich weiß auch nicht, wo der hergekommen ist, ehrlich gesagt. Ich meine, hier ist ja offenbar auch zu. Der muss ja irgendwo von... Also... Was? Warum? Okay, das war jetzt eher ungeil. Waren die von drinnen? Waren die von draußen? Okay, das waren die von hier drinnen. Na, wo ist er hin? So. Alfredo ist weg. Äh. Joseph ist auch weg. Das sieht ganz gut aus. Das lief ganz in Ordnung, muss ich sagen. Okay, dann jetzt runter. Nicht an der Treppe hängen bleiben. Sicherheitshalber nach hinten rausgucken. Niemand da. Okay, wir haben noch 64 Hitpoints. Und einen Matrix-Effekt. Nette Sache. So, wo hatten wir die ganzen anderen getroffen? Oh, hier. Habe ich irgendwie nicht mit euch gerechnet. Aber okay, minus zwei. Okay. Und keine Hitpoints dabei verloren. Das ist okay. Bleiben noch. Vier. Klingt machbar. Wenn wir jemals treffen. Das war sehr schäbig. Ah, nicht doch. Ja, schade. Ich dachte, da kann ich entspannt nachladen. Ich dachte nicht, dass die da alle vier auf einem Haufen stehen. Zumindest nicht zu dritt. Ich... 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 Ach, scheiße. Eigentlich müsste ich die Flashbang nochmal ausprobieren. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen Ehrgeiz, wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen zumindest. Es muss machbar sein. Wenn ich da nicht immer so ungünstig nachladen würde, würde das auch wunderbar funktionieren. Okay, ich lasse den. Wie gut, dass ich ohne Kopfhörer spiele, offensichtlich. Und ihn überhaupt nicht die Treppe runterlaufen hören. So gar nicht. So überhaupt nicht. Okay, das ist jetzt Hitpoint-technisch natürlich eher ungeil. Okay. Den machen wir hier platt. Das geht. Kommt da noch wer? Man sieht halt auch scheiße wenig. Wow. Schön. Die hat sich erstmal gegenseitig mit einen Haufen geschossen. So lobe ich mir das. Okay. 32 noch. Gegen 6. Gegen 5. Da ist aber noch einer, oder? Stand doch noch wer. Gegen 4. Häuser-Kampf in Schweden. Wer konnte damit rechnen? Okay. Okay. Offenbar vorher ist niemand weiter hier. Dann gucken wir doch mal, ob hier... Nee, am Markt vorher ist keiner. Die Melonen sind diesmal alleine. Alles klar. Ich könnte mir denken, wo die 4 stehen. Bin mir nicht sicher, ob es clever ist, hier mit der Granate hinzulaufen. Okay. Okay. Diesmal niemand? Ich habe hier natürlich sau wenig Deckung, das ist ein bisschen ungünstig, zumal ich jetzt auch gar keine Ahnung habe, wo die abhängen. Okay, da ist definitiv niemand, also die überraschen mich jetzt wieder total und schießen mich über den Haufen und dann war es das und ich glaube dann habe ich auch genug. Es ist nur noch einer. Ja, okay, wo war das schäbig? Alter, ganz ehrlich, ich habe genug von diesem Spiel. Ich werde das nicht zu Ende spielen, ganz ehrlich nicht. Das ist mit den Briefings und Debriefings total kacke, das auf dem zweiten Monitor und immer wieder raustappen und immer wieder Servern einstellen und dieses Spiel ist es einfach nicht wert. Es ist einfach ein Kackhaufen von einem Spiel. Einfach, einfach nein. Ich finde, das war sehr unterhaltsam, als kleines sinnloses Scheißprojekt zwischendrin. Das kann man mal machen, soll aber auch mal reichen. Von daher, danke fürs Zugucken. Geht demnächst mit was vielleicht Sinnvollerem weiter. Gucken wir mal. Bis dahin, Grüße an UlfströmScore, was auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag und hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem sinnvolleren Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Ah, New World Order, was für ein Grützspiel.